So geht das bei den Dupins einfach nicht, den stolzen Nachfahren von Lofa Mix den Gallian. Baker Riggs, ich bin Hawk Moth und ich sehe, dass du dir Macht wünschst. Nun, ich verleihe dir die Fähigkeit, jeden bestrafen zu können, der Sachen nicht so macht, wie sie gemacht werden sollten. Oh, wie schön. Möchtest du dafür ein Butter-Croissant oder ein Baguette? Nein, als Gegenleistung möchte ich nur Lady Bugs und Cat Noirs Miraculous. Die beiden wissen einfach nicht, wie es geht. Zeig es ihnen. Verlass dich auf mich, Hawk Moth. Verlag mich, Hawk Moth. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's für heute. 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 Ladybug.